Diese drei außergewöhnlichen Freunde Ich bin Vlad. Ein Vampir, der kein Blut sehen kann. Ich bin Faye. Eine Elfer. Mit Fußangst. Und ich bin Wolf. Ein Bärwolf mit Tierhaarallergie. Müssen gemeinsam die magische Welt retten. Wie sollen wir da rüberkommen? Der Blutsplitter. Die Wolfgang. Lass die Kinder in Ruhe! Salamandra! Okay, falscher Zauber. Keine Panik, falscher Zauber. Nur im Kino.